Ja, wir befinden uns da in Hotzendorf auf unserem Betrieb in Ritterkraum. Das Thema Waldwirtschaft war eigentlich immer schon ein brennendes Thema von mir, sage ich jetzt einmal. Und wir haben uns da vor kurzer Zeit einmal Gedanken gemacht, wie wir das schaffen können, den Rohstoff Holz, Wertigkeit zum Grim und einfach das Ganze zum Aufwerten und zum Veredeln. Die Reifenbuchen werden da geerntet, genau nach Mondphasen und weiterverarbeitet. Der Wald selber kriegt dann natürlich auch die Möglichkeit, sie zum Verjüngen. Unser Holz wird Sonnen- und Luftgetrocknet und die gespeicherte Sonne vom Sommer, den merkt man dann auch eigentlich, wenn man dann im Winter ein Feier anzieht im Ofen und das einfach so auf einen einwirken lässt. Weiters haben wir dann auch viele andere Produkte, die wir da dann anbieten, angefangen vom Holzmehl, von Chips, von Räucherchips und Räucherjunks. Also da haben wir eine sehr große Palette, die wir da anbieten können. Also wenn du irgendwie die Möglichkeit kriegst, in der Land- und Forstwirtschaft irgendwas zum Arbeiten oder Ideen zu verwirklichen, nutzt die Chancen. Es gibt nichts Schöneres, wie in und mit der Natur zum Arbeiten. SachsMein.